... Alter Vater, was hier schon wieder mit den Tieren abgeht. Guten Tag und herzlich willkommen zurück in Far Cry 4. Die Tiere gehen ab, die Einwohner der Insel, äh der Insel, haha, die Einwohner des Berges gehen ab. Irgendetwas ist hier nicht richtig. Irgendetwas ist hier nicht richtig, aber... Was? Wo seid ihr denn da? Habe ich jetzt was für euch getan? Kriege ich jetzt Geld, weil ihr die Granate geworfen habt? Kaugummi, wo schießt du hin? Bist du bescheuert? Mach du Scheiße! Wieso schießt du denn einfach auf... Seid ihr ein bisschen blöd? Haha, du Kacke! Seid ihr ein bisschen bescheuert? Mich lässt du in Ruhe, oder? Oh, das sieht nicht so aus. Hilfe! 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 Brennst du mir noch hinterher? Oh! Da hinten ist es, okay. Warte mal, jetzt habe ich schon zweimal... Du bist ja jetzt verletzt, ne? Alter, Vater hält das was aus. Mein lieber Schwan! Gut, ich würde einfach mal sagen, äh... Gegen so'n Rhino, gegen so'n, äh... Nashorn ist wohl nicht anzukommen. Mein lieber Schwan, ey! Ich hör'n, Adler. Hör' auf damit. Naja, gut, so. Hier haben wir zu tun. Und zwar... Wollen wir... Hier oben erst mal... So, letzten Endes möchten wir natürlich in der Mission weitermachen. Aber zuerst einmal... Wollen wir hier... Diesen Glockenturm einnehmen. Denn ohne Glockenturm geht's natürlich nicht weiter. Wir müssen ja sehen, wo wir hin... Wollen. So. Ein Adler. Das ist ja interessant. Jetzt muss ich gerade noch mal was schauen. Ähm... Tastatur und Maus. Äh... Tast... Mhm, mhm, mhm. Aha, aha, ja. Hm. Äh... Okay. In Fahrzeugen. Da möchte ich hin. Ähm... Wir haben noch eine Taktik. Hä? Radio. SZ. Seht ihr? SZ. So. Oh. Seht ihr? Da ist unser Ziel quasi auch schon direkt in der Windsch... In der... In der Windschutzscheibe. Oh. Äh. Moment. Äh... Gleich geht's richtig los. Okay. Irgendjemand greift da irgendwen an. Oh mein Gott. Ist da jemand tot? Sah gerade ein bisschen so aus, ne? Naja. So. Also. Wir wollen zum Glockenturm. Sitzt die Ziege irgendwie bei uns drin oder so, oder? Klingt aber so, als wäre sie ganz nah. Oha. Äh. Vorsicht hier. Vorsicht hier. Ganz, ganz vorsichtig. So. Da vorne fahren auch ein paar Jungs. Ihr macht das schon, wa? Habt wieder ordentlich Mucke im Fahrzeug an. Immer wieder faszinierend. Vor allem, wie laut die Musik ist. Und ihr scheint hier nur einen Fernseh... Äh, einen Fernseh... Einen Radiosender zu haben, der irgendwie immer das gleiche Lied spielt. Kommt mir zumindest so vor. Oha. Hier muss ich schlagen. Okay. In der Nähe befindet sich ein königlicher Frachttruck. Zerstöre ihn. Oder bringe ihn. Wo? Scheiße. Kann ich zufällig auf... ...seine Reifen schießen? Mann, 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 Mann. Komm. Nee. Was tust du da? Du wirst jetzt und hier sterben. Nachladen, so. Versucht er eigentlich irgendwas? Alter, willst du mich veräppeln? Ich will doch einfach nur den Kopf schießen, ey. Du bist nur ungeziefer. No, es ist gerade ganz schön wackelig. So. Direkt aus dem Auto gefallen. Traumhaft. Liefere die Royale Facht an einem Außenposten ab, der auf der Karte markiert ist. Dann gucken wir doch direkt mal. Hier ist direkt... Nee, Mann. Ist ja traumhaft. Oh, direkt, Mann. Warte mal, der war gerade schon markiert. Was steht denn da? Habt ihr das gesehen, was da steht? Oh mein Gott. Habe ich jetzt gewonnen? Okay, Bonus-XP und Kyrene erhalten. Munition aufgefüllt. Das ist ja gut. Dann steigen wir hier mal wieder aus. Äh, und... Sag mal, ist hier auch irgendwann mal nix los an diesem Ort? Du hast uns einen Truck mit hilfreicher Fracht gebracht. Gut gemacht, AJ. Wir verteilen vor... Das ist ja jetzt nicht wahr, ey. Arschloch-Vogel. Wie oft ich nachladen muss? Gut, fünf Schuss im Magazin. Wenn ich das nicht treffe, wa? Dann ist schlecht. Wo bist denn du? Da. Hä? So. Habe ich euch hier helfen? Karma-Ereignis abgeschlossen. Wunderbar. Ich habe euch hier helfen, wa? Kriege ich Geld? Hallo? Geld? Kein Geld? Wo ihr den letzten abgeschossen habt, oder was? Gibt es hier ja wohl nicht. So, aber wie gesagt, da vorne, da stand ja was Schönes. Und dieses schöne Etwas, das werden wir uns jetzt mal schnappen. Erstmal aber hier noch zwei Trüchchen eingesammelt. Ist ja schlimm, dass ich die beim letzten Mal nicht eingesammelt habe hier. Ah, mein Inventar war ja auch immer voll. So. Dann wollen wir mal. Dass dieser Kackadler vorhin mir wieder irgendwie hier einen Balken abgezogen hat, ey. Nichts zu glauben. So, mal ein Blümchen gepflückt. Und hier steht tatsächlich ein Heli-Gyro-Copter. Irgendwas. So, wie funktioniert das? Steigen, C sinken. Oh, ist das schön. Wait mal, wo wollten wir hin? Wir wollten ja eigentlich hier zu dem Turm. Da vorne ist er ja. Sehr wunderbar. Dann würde ich sagen, wir landen da in der Nähe. Ne, wir machen das anders. Wir werden uns einen hohen Punkt suchen. Und von da einfach mal von oben runter ballern und mal gucken, ob wir eventuell die Jungs da erwischen. So, hier sieht doch ganz gut aus eigentlich. Ein bisschen weiter nach vorne noch. So, und landen. Elegant, ey. Elegant. So, Freunde. Wo seid ihr denn? Da unten. Warte mal. Erstmal wieder ein bisschen fotografieren hier. Okay, ihr seid ja doch... Okay, zu dritt seid ihr. Die Frage ist, ob die hier meinen Schuss hören. Hier oben. Ah, was soll's. Wir testen das einfach mal. Gucken, ob das auf die Distanz überhaupt machbar ist für mich. So, du latschst da lang, das ist gut. Hm. Gut, ihr macht da jetzt Action. Hm, ich bin ein bisschen unschlüssig, wie hoch ich denn zielen muss hier. Das war zu hoch. Alter Faller, das war ja viel zu hoch. Okay, man muss einfach direkt drauf. Ah, nee. Auch nicht. Und keine Munition mehr. Das ist natürlich jetzt schlecht. Gut, aber von mir aus haben wir irgendwas, womit wir hier runterkommen. Neben dem Gyrocopter. Warte mal, wir testen das mal. Ist glaube ich sogar ein Helikopter, ne? Kein Gyro. So, dann wollen wir mal hoch hier. Ein Adler. Schon wieder. Was? Wer sieht mich denn aus der Richtung? Wieso nirgends ein Sau? So. Hahaha, Freunde. Ich fürchte, so treffe ich nicht so gut. Aber was soll's. Warte mal, kann man vielleicht auch... Oh. Nur Seitenwaffe erlaubt, okay. Betroffen müsste ich dich haben, ne? Okay. Ich glaube, das wird nichts auf dem Ding hier. Da unten sind noch welche. Okay, alles klar. Aua. Das tut doch weh, ey. Okay, einmal weg hier und... Äh, äh. Wah. Ich glaube, ich fäll da gerade den Baum. Mit den Rotorblättern. So. Ich bin nicht weg. Ich bin auch da. Ich pflück nur gerade ein paar Pflanzen. Ah, ich habe keinen Mund mehr. Was? Ich habe zuerst F gedrückt. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh. Hahaha. Habe ich doch gesagt, dass ich tot bin, ey. Juti, dann gucken wir mal. Erst mal ein bisschen einkaufen. Und zwar... Zum einen Munition nachfüllen. Ganz klare Sache. Kaufen, anpassen. Körperpanzer brauchen wir auch. So. Wingsuit 25. Nehmen wir uns mit. Aber mir gar nicht klar, dass wir hier so ein Ding haben. Hf. C4. Schützenhilfemarke. Haben wir. Schützenhilfemarke. Upgrade. Okay, ich würde einfach mal sagen, wir holen uns da noch einfach mal eine... Schützenhilfe. Eine Schützenhilfe. So. Jetzt nochmal das Ganze. Einmal hier hoch. Vielleicht hat ja schon wieder jemand den Gyrokopter abgestellt. Zumindest hat jemand das Pflänzchen hier nachgepflanzt. Beziehungsweise ist natürlich klar, dass das alles wieder da ist, weil... Es wurde ja letztes Beispiel Herstand geladen. Hallo Schweinis. So, dann versuchen wir das nochmal hier. Diesmal vielleicht auch ein bisschen intelligenter und schlauer und vor allem besser. Vielleicht wird das ja was. Vielleicht auch noch ein bisschen näher ran. Ich bin mir aber nicht so schlüssig, wie nah ich denn da ran kann. Ohne, dass die Jungs mich bemerken. Ach, warte, wir machen das einmal wieder auf die heimliche Art und Weise. Oh, wie die Bäume hier richtig flattern. Wo da unten sind ein paar Jungs. Okay. Müssen wir auch anders landen. Ich würde sagen, wir landen mal hier so. Ist keinem aufgefallen. Ist keinem aufgefallen. So, wo haben wir denn mal jemanden? Da. Adler. Adler ist gut. Okay. Bleib du mal stehen, mein Freund. Du bist nämlich hinten. Weil du bist auch okay. Okay. In den Baum. Shit. Nein. So, ein Stückchen drüber. Warte, warte, warte. Ja, komm noch ein Stück, komm noch ein Stück. Und. Ha, elegant. So, das lief ja. So einfach kann das gehen. Müssen wir jetzt noch hochhüppeln. Verdammt. So. Immer schön lüten. Lüten. Ganz wichtig zu lüten, weil... ... ... ... Geld drin. In den Mändern. So. Was können wir eigentlich herstellen? Wir können irgendwas herstellen. Warten. Was darf ich denn? Oh, Köcher. Einmal Schweinehaut. Zack hergestellt. Wunderbar. Weiter geht's. So, wo ist denn hier? Irgendwo ist doch hier wieder ein... Töte die Wachen. Und rette die Geiseln? Hä? Nein. Ist noch einer? Wo? Hä? Wer hat mich da gerade gesehen? Bitte. Gern. Ach da. Party hat er geschrieben? Hat er geschrieben? Trottel. Warte mal, da in die Richtung ist auch noch einer? So. Mann ist ja schnell um den Turm gerannt, ey. So, das haben wir auch. Dann looten wir dich nochmal eben. Warten, noch welche? Naja, egal. Komm. Wir sprinten jetzt erstmal den Turm hier hoch. Wir sind endlich mal hier das Ganze für uns. Was gibt's hier? Weitergeleitet. Stadt der Schmerzen. Satisch, du hast fantastische Arbeit geleistet, Kumpel. Wirklich beeindruckende Ergebnisse. Wie du weißt, werde ich Kürat für einige Wochen verlassen. Und wie immer schmeiße ich vorher eine Party in der Stadt der Schmerzen für meine beste Leute. Besten Leute. Die gute Nachricht ist, du bist dabei. Ich melde mich bald mit den Details. Leiste weiter so gute Arbeit. Du machst dem Titel eines Corporals wirklich alle Ehre. Manchmal trifft man eine richtige Entscheidung. Manchmal trifft man eine Entscheidung richtig. Paul De Pleur. De Pleur. Ein Kackname. Muss man einfach an dieser Stelle einfach mal sagen. De Pleur. Was haben wir hier? Müssen wir nicht kaputt machen? Jo. Was haben wir denn hier schönes? Hallo. Munition. Beuteltasche ist fast voll. Munition ist voll. Hier müssen wir hoch. So. So. Freunde sind ja nirgendwo. Feinde auch nicht. Ja, interessiert mich nicht. Tussi, ey. Wer ist da markiert? Du bist doch tot. Royal Army steht die Todesstrafe. Wer solcher bändischer Verbrechen für schuldig befunden wird, wird umgehend standrechtlich erschossen. Denken Sie daran, die Royal Army steht an der vorderen Front, um Kürer gegen Terroristen und Kriminelle verteidigen. Böge Vorgang, den pflichtigen Sie alle erneuern. So. Weg. mit dem Kram hier. Ho. Nicht hier runterfallen. Das wäre eher blöd. So. Hier nochmal hoch. Endlich hat die Tuse aufgehört zu quatschen. Ich meine, ich fand es ja interessant, was sie gesagt hat, aber... Sag mal, kann das sein, dass die Dinger hier ein bisschen wanken? Ach, hier geht's hoch. Nein, interessiert mich nicht. Warte mal, Jungs. Na? So. Die Jungs haben wir auch erledigt. Wunderbar. Ups. Schnell mal drunter durchgehüpft. So. Ruhe, du blöde Kuh, ey. Echt? Hm. Glockenturbe frei. Zwei von 17. So, was gibt's denn hier Schönes? Aha. Wieder mal Geisel retten. Oh, da ist ein Dicker mit dabei. Einer, der ein bisschen Rüstung hat. Trauerkammer. Hm, da werden ein paar Leute verbrannt. Und? Tigerbau. Okay. Dann gucken wir doch direkt mal auf die Karte. Was haben wir alles freigeschaltet? Den kleinen Bereich nur. Dit kleine bisschen hier. Wat is'n da los, ey? Ich hab ja jetzt hier mit ein bisschen mehr gerechnet, wa? Na, aber gut. Dann würde ich sagen, äh, zu unserem aktuellen Ziel. Im, 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 in der Kampagne machen wir dann demnächst mal irgendwie weiter. Ich möchte ja hier schon noch ein bisschen was mitnehmen. Das sieht ja ganz interessant aus. Ich würde sagen, hier so ein paar Pünktchen abklappern. Hier hinten den, äh, die Ziegelfabrik. Ist alles unsers. Ist alles unsers. So, hier gibt's noch ein bisschen was für mich. Gibt's hier irgendwo auch noch eine Truhe? Hier ist so, ne? Eine Kiste. Ist ja keine, ist ja keine Truhe, ist ja eine Kiste.